Das ist jetzt ein grüner Kapitän, die baden-württembergische Regierungsmannschaft anführt. Und nicht wie all die Jahrzehnte davor einer aus der CDU. Das, so sagen viele, denen das nicht so gut gefällt, lag einzig und allein an ihm hier und seiner miesen Spielführung. Stefan Mappus, die Figur aus unserem Fundus, ist schon ein bisschen eingestaubt. Sein Absturz liegt ja auch schon 7,5 Jahre zurück. Lange war es still um ihn, doch vor einigen Wochen ist er plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen, als nämlich in der Villa Reizenstein ein Porträt von ihm feierlich enthüllt wurde. Das steht jedem ehemaligen Ministerpräsidenten zu, auch einem, der nur 15 Monate im Amt war. Aber was macht Stefan Mappus heute eigentlich? Hat er seinen Absturz verwunden? Und plant er womöglich tatsächlich sein Comeback, wie es immer wieder heißt? Jana Kübel und Martina Treute haben ihn getroffen. Hobbypilot Stefan Mappus hat wieder Zeit zum Fliegen. Der Räder steht, so wie er am Anfang stehen soll. Man klopft ein bisschen die Teile ab. Letzte Checks an der Baden-Württemberg. So heißt die Maschine. Als Ministerpräsident hatte er das Flugzeug seiner Flugschule zwar getauft, aber nur selten geflogen. An die Räder. Schaut, ob da vom Öl her alles okay ist. Sein Fluglehrer kennt ihn von der ersten Flugstunde an. Herr Grüger, alles gut. Maschine gecheckt. Ja, wir können los. Ja, aber. Herr Mappus war ein hervorragender Schüler und konnte auch in sehr kurzer Zeit seinen Flugschein bei uns erwerben. Sie kommen völlig sicher zurück, keine Sorge. Ja, dann schauen wir mal. Rundflug über den Bodensee. Gutes Wetter, ein ruhiger Tag. Wie blickt er zurück auf seine politische Karriere? Da ging es ja stürmisch zu. Ich würde es mal so sagen. Es war ein ziemlicher Langstreckenflug. So 80 bis 90 Prozent der Strecke waren richtig gut. Es war ein ruhiger Flug. Es lief alles nach Plan. Und am Ende ist halt recht turbulent geworden. Stuttgart 21. Der schwarze Donnerstag. Der Polizeieinsatz im Schlossgarten. Und die Frage, hatte Mappus selbst das harte Vorgehen angeordnet? Der Ministerpräsident wird zur Hassfigur. Dann der EnBW-Deal. Das Milliardengeschäft am Landtag vorbei eingefädelt. Mappus wird später Untreue vorgeworfen. Es folgen jahrelange Verfahren. Genau über diese Zeit spricht Stefan Mappus vor unserer Kamera. Seine kurze Amtszeit als Ministerpräsident, die für ihn zur größten Niederlage wurde. Ja, natürlich war das meine schwerste Zeit. Ich sage jetzt mal, wenn Sie Hausdurchsuchungen haben, nicht nur eine im übrigen, wenn Sie als jemand in der Öffentlichkeit dargestellt werden, der vorsätzlich eine Milliarde Steuergelder in den Sand gesetzt hat, dann will ich es mal so ausdrücken, ist das jetzt nicht gerade berufsfördernd. München unter Schleißheim. Vielen Dank, dass es zeitlich klappt. Wir wollten ja heute mal bezüglich Expekt kurz durchgehen. Wo stehen wir? Montag bis Freitag arbeitet Stefan Mappus in Bayern beim IT-Beratungsunternehmen PM1. Nach seinem Absturz in der Politik, sagt er, brauchte er erst einmal Abstand. Er sagt, jeder Job hat Vor- und Nachteile. Doch hier in München arbeitet er nicht nur, er pflegt auch alte Freundschaften. Beim traditionellen Maibock-Anstich der CSU ist er als einziger Politiker aus Baden-Württemberg eingeladen. Klar, Markus Söder und er sind schließlich alte Freunde. Früher sahen sie sich gemeinsam als diejenigen, die für die konservativen Werte in ihren Parteien kämpfen. Stefan Mappus fühlt sich hier in Bayern wohl. Und macht das dann auch wieder Lust auf Politik? Ich will es mal so sagen, es macht natürlich Lust. Außerdem war meine Lust auf Politik nie weg. Aber es zeigt natürlich vor allem, wie man Tradition, Moderne so verbinden kann, dass sie die Menschen auch anspricht. Und solche Veranstaltungen, die Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird, das finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Vor einigen Wochen war Stefan Mappus mit Familie wieder im Staatsministerium in Stuttgart. Zum ersten Mal seit sieben Jahren. Herzlich willkommen. Ja, es gibt Kraft. Es gibt Muckis. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Sein Bild für die Ahnengalerie der Ministerpräsidenten wurde enthüllt. Grüß dich. Grüß dich. Für viele war dieses Gemälde Anlass zur Spekulation. Stefan Mappus greift aus dem Rahmen. Ist das ein Zeichen für ein mögliches Comeback? Ist mit Anfang 50 die politische Karriere von Stefan Mappus vielleicht wirklich noch nicht vorbei? Für mich hat Politik was mit Überzeugung zu tun. Für mich hat Politik was mit Identifikation, mit Zielen zu tun. Mit der Politik, die die CDU momentan in Berlin oder in Stuttgart betreibt, könnte ich mich nicht identifizieren. Und dafür würde ich auch nicht zur Verfügung stehen. Wenn sich das ändert, kann man drüber reden. Aber man soll nie, nie sagen. Schauen wir mal, was die Zukunftsallis mit sich bringt. Es wirkt zumindest so, als habe Stefan Mappus schon eine Idee. Von der Politik losgelassen, hat er aber ganz bestimmt nicht.